Heute machen wir so einen richtigen amerikanischen Grillabend. Wir hauen ein fettes Steak auf den Grill und kaufen davor noch andere Zutaten, um Tacos zu machen. Und wie es von uns gewohnt seid, labern wir wieder mal so viel Schrott, wie es nur geht. Wenn du sagen willst, du willst mit deiner ***. You wanna root in Australia. You wanna... No, bro! Viel Spaß bei der ersten Folge aus Los Angeles. We in L.A., baby! Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, und Luxemburg. Und herrschlich willkommen zu einem We-Turn-It-In-Video. Ja! Oh, mein Gott! Oh, das war stark. Warst du aufregend? Ja, natürlich. Wir werden auf jeden Fall einkaufen. Wir werden heute... Wir machen Tacos, oder? Wir wissen nur, dass wir grillen auf jeden Fall. Ein fettes Steak liegt zu Hause. Und viele andere geile Sachen. Und unser Auftrag ist einfach nur noch ein bisschen Salsals drumrum zu finden und guten Wein zu kaufen. Und dafür befinden wir uns beim Northgate Market in L.A. Kaufen wir diese Taco-Teile ein? Yeah! Die Teigmaschinen, die werden hier frisch gemacht, die Tacos. Warm, die sind noch warm. Tacho! Oh! Tortilla! Ihr wisst, mexikanisches Essen. Eines unserer Lieblings-Essensachen überhaupt auf der ganzen Welt. Wenn nicht sogar das Lieblings-Essen, Alter. Deswegen ist auch eigentlich L.A. the place to be, Alter. Ja, ja, wir müssen hier herziehen. Deswegen lasst gerne ein Like und ein Kommentar da, Leute, damit ich mir das auch leisten kann. Wenn L.A. die 100.000 Abonnenten hat und ich 500.000, dann ziehen wir nach L.A. Okay, das machen wir jetzt einfach so. Du 500k, ich 100k. Abonniert für L.A. Schau mal an, Leute. Einfach hier fertige Salsas habt ihr. Ja, ich würde eine Salsa. Werden wir eine Salsa? Das ist Guacamole-Salsa. Das ist diese Schafe. Ja, ich liebe Tocca. Ja? Ja, ich liebe Tocca. Ja, wir nehmen einen. Los geht's. 3 Dollar, Bro. Es ist nur 3? In Deutschland würde ich für dieses 6, 7 Euro Euro beten. 10 Dollar. 3,95. 2,95. 2,95. 2,95. 2,95. 2,95. Minus 1,3 quit. Wir waren gestern ein bisschen aus und dann haben wir in so einem Diner, in so einem Diner gesessen. Ich muss euch den Namen später verraten. Wir haben so Waffeln gegessen mit Ahornsirup. Also das war wirklich richtig schlechtes amerikanisches Essen, was ich da gestern. Du musst ja warten, wenn du um 6 Uhr morgens aus dem Club rauskommst und dann dich in den irgendeinen Diner reinsetzt. Wir hätten einfach so f****** McDonough gezogen. Ja, ich hab's gesagt. Ihr beide habt gesagt nein. Wie sind die Jungs da? Hat es geschmeckt? Ja. Und sonst, wie geht es? Nein. Einfach mit Justin Bieber unterwegs. Das Lustige ist, du musst dir vorstellen, der Junge, er weiß nicht, was aus wie Kalifornien ist, diese Serie. Er sieht aus, als ob er dort mitgespielt hätte. Er kannte nicht dieses... Kannte er nicht. Die ersten zwei, drei Nächte, jetzt haben wir hier geschlafen, in diesem Haus. Lukas hatte hier eine aufblasbare Matratze und ich hatte hier eine Matratze am Boden. Ist auf jeden Fall die Crib. Ich stelle euch gleich alle vor, wir waren hier zu acht oder so. Wir sind immer noch zu acht. Ja, wir sind immer noch zu acht. You're good. You're good. Yes, bro. You're good. Who is the greatest Australian fighter? Craig Jones. Craig Jones is the funniest guy, right? Yeah, he's just funny. Er ist auf jeden Fall aus Australien, Leute. Genau, das ist die Crib. Hier lebt Jake drin, in dem Haus. Cody, stelle ich euch gleich vor. Tisch ist vorbereitet. Wir haben Snacks, Wetter. Hello. Hello Germany. Wie geht's hier? Alles klar. Studiert German, right? Zwei Jahre gestudiert. Studiert? Gestudiert, ja. No, not gestudiert, only studiert. Studiert? Yes. You gotta introduce yourself, Cody. Yes, Cody. Introduce yourself for the camera. Shut the f***. Thank you. We in L.A., baby. L.A., baby. Can you do a tornado? Do you know what a tornado? Ah, ich dachte gerade. Ah, that was the best one I've ever seen in my life. Bro. It was more like a blowjob, man. Do it. Do it. Ich übernehme jetzt mal. Ich übernehme jetzt mal und, äh. I'm not used to this. We have tri-tip steak and we are just gonna roast this puppy and we're gonna throw some garlic powder and onion powder on it and let it slow cook on the barbecue as best we can. This is Cody's Mayonnaise Guacamole. Ah, is this? Ja, der hier. Genau so müssen die sein. Das sind die eigentlichen Deft-Over, Tortillas, geschnitten und dann frittieren. Die sind auch stark. Man kann einen guten Dip rausholen. Ja. I'm gonna hear me some Mango here. Mango ist eine der krassen Früchte überhaupt auf der Welt. Ich glaube, ich war in Lieblingssauce. Just one Australian guy puttin' the meat on the grill. Die sind gekocht. Bin ich der größte Freund davon, aber man muss seine Grenzen. Okay, Füllpäuschen. Ist nicht gut, die so zu essen. Passiert nichts, oder? Na, ess dich jetzt noch. Boah, jetzt kann ich die nicht mehr essen, Alter. Cheers. Cheers. Do you know what Bunda is? Is that your ass? Yeah, it's ass. You grill a lot? I like to. It's an, let's say it like that, it's an Australian culture, right? People from Australia grill a lot, drink beer. Absolutely. Definitely beer. Shoot some birds. We don't have guns. No, 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 birds are like girls. Oh, I know. It's definitely more British. Ah, okay. Something I should know when I flirt with a girl or something. Casual way of Australian saying like sex is rude. Rude? Yeah, rude. So like, you want a rude? Okay. You want a rude? Yeah, you want a rude. You want a rude? Yeah. God damn. You want a rude? I'm Australian now. You want a rude? If you want a rude in Australia, you want a rude? No, that's rude, bro. Yeah. You want a... No, bro. Never owned a camera before, but now I'm like... We have the kitchen in Biff. Benedict Tiner. I'll prepare one for you now. Yeah, 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 okay. That's for you. Thank you, Sue. So lecker, man. He's mutterier and smells like a potato. I mean, it's a German classic car, you gotta say. Yeah? It's a BMW? No, a Mercedes. You have to tell the audience your name, bro. Hunter McOach. The only German I know is like the song that's fantastic. Stoffenschnaps. Stoffenschnaps. Do you know what Stoff is? Yeah, drugs. Ah, okay, yeah. Das Bier schmeckt gut. Deutsches Bier, das bestes Bier. Perfect. Your name is Hunter. Let's go for a drive. Damn. Do you want to go for a drive now? No, we're making it in the daytime. Insane, Alter. Cocaine Cowboys, baby. Leute, ihr werdet sowas von ein Like und ein Kommentar und ein Sub hier lassen, damit ich mir auch so eine Karre leisten kann. What the f***? Florida Kennzeichen. Wir machen jetzt noch Tacos. Tacos Macos. Weil wir ja beim Mexikaner waren und wussten nicht, dass es so viele Beilagen gibt. Wir saßen gerade am Tisch, haben entspannt gegessen. War eine sehr, sehr coole Runde. Ich weiß nicht, ob das ihr überhaupt merkt auf diesem Video, aber das ist für uns. Noch viel crazier, dass wir hier so ein Erlebnis haben können. Weil das kriegst du nicht hin als Touri eigentlich. Wir müssen die 100k voll machen, weil dann ziehe ich nach L.A. erstmal. Dann werde ich erstmal in L.A. bleiben, Leute. Ich sage euch so, wie es ist. Lukas muss mal kurz in Charge of the Tactus sein. Wir müssen die direkt auf den Grill formen, oder? Auf den Grill jetzt, oder? Ja, ja, ja. Die liegen eh nicht lange drauf, glaube ich. Nee. Machen wir mal zwei. Das ist genau die, die ich schaff. Schau, wir machen das jetzt so, wie die das gestern gemacht haben. Boom, pass auf. Das ist ein kleiner Schein, so. Glaubt mir, die werden gut. Bisschen saucy drauf, ladies and gentlemen. Der Mix ist einfach wirklich perfekt. Boom. Und Zilanto auch nie zu wenig, Alter. Das muss richtig... Das müsste leichter durchgleiten, weißt du, der Biss. Ja, ja, viel kleiner. Schaut euch mal diesen Kühlschrank an. Wie hast du's klein geschaffen? Der ist so breit, wie eine Telefonzelle bei uns. Und vor was ich am meisten Angst habe, in ganz Amerika. S*** auf die ganzen Horrorfilme, die die Amerikaner produziert haben. Die denken, die sind gut. Die sind die nicht. Die machen mir lange nicht so Angst. Dieses Ding hier. Hier kannst du, egal was für Essensreste reinwerfen, und da ist so ein Schredder drin. Mach mal an, das Teil. Das ist wirklich für mich eine Horrorvorstellung. Oh, nee. Ich finde es sehr gut. Boah, jetzt sieht die perfekt aus. Ich weiß, wie es gut ist. Grab einen. Was ist das? Wieder Tacos? Mhm. 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 Muy bien. Mhm. Mhm. You like it? Should I do like this? Mhm. No. Just only if you like it. Yeah, it's fine. If you don't. It's fine. Goddamn. Too late. Too late. It's time to sign next to tour. No, it's fine. It's fine. Tag. Deutschland. Is that right? Yeah. What's she doing, fam? You're getting cigarettes, man. Yeah, you're getting some cigarettes. Goddamn. What's the phone? Oh, dude, I don't know. I'm drunk as ****. Yeah, already? Uh, brah. Uh, brah. Uh, brah.